heiho ich nehme an, dass du den Screenshot angeschaut hast, Links aktualisiert von Jesse, was hat sie denn da jetzt noch reingeknallt Stephen King Fandom Etutre Lore Podcast mein Instagram Archiv das gut, Bibliothek Link Beautiful Words Pin Collection ja, ich würde dir eigentlich ganz gerne irgendwie schon zeigen die Sachen, aber ich habe ja schon gesagt, dass ich halt ungern irgendwie die App verlasse und so, weil es manchmal zu Problemen führen kann falls Interesse besteht, zumindest vielleicht die Insta-Accounts zu stalken, habe ich auch schon mehrmals erwähnt, einfach in die Kommentare schreiben, falls ihr wissen wollt, wie die genau heißen oder so, ne, gilt für alle Spiele, ne könnt ihr gerne immer machen ich nehme an, dass du dir den Screenshot angeschaut hast das war dieses Gespräch hier mit Phil, ne Phil ist übrigens der Bruder von Jesse ja, aber alles schon wieder vergessen oh, da war ja was klar also das bedeutet, was soll mir da jetzt auffallen ähm, wer war noch gleich Phil ich dachte, dass du dich entschuldigst ich lasse mir nicht in meiner eigenen Bar sagen, dass ich hier was getan habe und so Teufel denkt ihr das weil ich hier ab und an meinen Drink äh, her was das denken wir doch gar nicht ich bin einer von denen, die damit noch vernünftig umgehen aber nicht alle aus Dasgut sind so das war ein gut gemeinter Rat nicht alle gehen damit vernünftig um das bedeutet dass sich Clio und Phil gut kennen Clio hat Phil beschuldigt, als sie bei ihm war ach, das ist von Clio hä, woher wissen wir denn, dass das von Clio ist das geht hier gar nicht hervor, ne und er sagt das doch gar nicht oder hat er das, ach, keine Ahnung aber irgendwie wird er ja beschuldigt, ne das hatte sie bei ihrer Erzählung aber ausgelassen ach, okay die hatte erzählt, dass sie da war anscheinend, ne irgendwie, ja ja, man vergisst auch immer mal so ein paar Sachen wenn man es halt immer, ähm ja, mit Videos auch spielt und so vergisst man es, glaube ich, auch noch ein bisschen schneller vergeht natürlich auch so, ne weil man ja auch da natürlich bei den Minispielen hängen bleibt meistens sie hat für böser Kopf gespielt das hatte sie bei ihrer Erzählung aber ausgelassen sie hat mir nicht erzählt, dass sie das glaubt vielleicht wollte sie ihn auch einfach konfrontieren und hat es einfach probiert braucht man dafür nicht auch den guten Kopf? ja, okay da hat er, da hat er nicht ganz so ein Recht hm ich finde, sie verhält sich total falsch gut, war es das? sie dachte wohl, sie könnte dadurch etwas aus ihm rausbekommen ja, das könnte ich mir vorstellen dass es vielleicht daran liegt wahrscheinlich noch was was er da über das kurz sagt meine Unterhaltung mit Phil war gestern Abend heute habe ich das Zeichen des Raben an meiner Garage er hatte dir auch indirekt gedroht er hatte dir einen gut gemeinten Rat gegeben deshalb hast du das vor Jesse so abgetan hm keine Ahnung ich weiß nicht, dass mit diesem Rat klar, das wissen wir, das hat er ja direkt gesagt Drohung, hm, ja auch also ich sage nicht, dass es Phil war aber ich war es aber er hat schon recht mit dem, was er da sagt das kurz kann eigenartig sein eigenartig wäre das Timing seiner Warnung habe ich bemerkt, ja mit euren Legenden und Mördern und allem das meine ich positiv nö, das scheint viel los zu sein, ne da ist wieder der berüchtigte Smiley von ihm er steht auf Gesichter, ne in Chats naja, jedenfalls würde Phil mich ja nicht warnen und mir dann am nächsten Tag dieses Zeichner in die Garage pinseln ja, das wäre auch wieder zu auffällig oder ja doch, wenn er eigenartig ist gerade durch diese Warnung finde ich das ja plausibel nein, das wäre wohl zu auffällig ja, genau das ist, was ich gerade gesagt habe witzig hm, ja, jetzt hm, oder er hatte ein gutes Gespür dafür dass jemand anderes es machen würde kann auch sein andererseits weiß ja niemand dass wir Nachforschung anstellen ne, doch ein paar aus der Gruppe, ne und der Hacker hu, Status aktualisiert Jesse, Jesse bei Jesse gehe ich natürlich sofort immer drauf bin jetzt auch bei Insta Jesse unterstrich das kurz yeah, Insta direkt folgen vielleicht denkt sie ja oh, das ist doch dieser Let's Player boah, krass der folgt mir jetzt dem muss ich sofort zurückfolgen das denkt sie garantiert zu 1000% denkt sie das wahrscheinlich sieht sie nur so irgendwie so eine rote ne, so bei diesem Herzchen ist halt immer eine Eins oder so sieht er nur oh ne, nicht schon wieder irgendjemand wusch und weg ist er liebe Grüße an Jesse übrigens falls ihr hier zufällig reinguckt was ich nicht glaube, aber man soll ja niemals nie sagen ne, und so ähm mhm er ist recht über den Mann ohne Gesicht und das an meiner Garage ist zweifellos sein Zeichen ich wette, Jesse hat es ihm erzählt ne, das glaube ich nicht sagte nicht, irgendwer in Dasgut verbreiten sich Gerüchte schnell du kannst nicht wissen ob es einer aus unserer Gruppe weitererzählt hat ja kann man auch nicht wissen da zögert er das stimmt Phil hat Hannah also Getränke spendiert ich lass mir das alles mal durch den Kopf gehen, okay nö, wir quatschen weiter ach stimmt, das hat er ja geschrieben wusste ich bisher zwar auch nicht aber okay ja, ist ja jetzt auch nichts verwerfliches so, wie oft gibt man sich mal einen aus passiert man nicht regelmäßig wenn ich irgendwie unterwegs bin am Wochenende oder sowas äh ne, dass man einfach mal sagt hier, komm ich hole hier ich hole dir mal einen mit so ungefähr steht er vielleicht auf Hannah gut, bei Männlein und Weiblein ist es manchmal mal eine andere Geschichte, das stimmt muss aber auch nicht immer zwingend was heißen wieso hat er das wohl gemacht als Barbesitzer macht man sowas ab und an ja und wenn man sich auch kennt und so, ne oder so halb also ganz gut kennt oder sowas und vielleicht gar nett quatscht oder so muss ja nicht immer gleich auf in die Kiste springen hinauslaufen ich meine wir sind hier in Dasgut und nicht in der heutigen Gesellschaft ähm ich hab noch nie einen Drink gratis bekommen ganz im Gegenteil ich geb sogar immer eine erhebliche Summe an Trinkgeld doch, das hab ich schon bekommen ja auch sogar mal von Damen aber nicht mit dem Hintergrund dass man mich irgendwie kennenlernen möchte zumindest nicht soweit ich weiß aber trotzdem auch aus netten Gesprächen heraus aber das ist dann halt mal so ein Geben und Nehmen ne dann hat hier mal jemand da mal jemand ausgegeben dann gibt man selbst auch gerne mal was aus ne ähm Scheiße finde ich immer Kacke finde ich immer die die es gibt tatsächlich welche die kommen dann an und sagen dir direkt ins Gesicht ob du ihnen ausgeben kannst oder ob wir was trinken wollen geht ja auf dich ne so ungefähr das ist mir mal ein paar mal schon mal passiert und ich denk mir dann echt so alter leg mich am Arsch so wirklich weißt du unsympathischer kann man jemanden nicht ansprechen weißt du wenn jemand wenn wenn sie ankommt und dich einfach fragt hey ähm hier ich bin die und die wer bist du na wollen wir mal was trinken oder so dann steht man an einer Bar und überlegt was bestellen wir denn vielleicht trinken wir auch das gleiche mal oder so und man dann von sich aus sagt ja hier lass die Kohle stecken geht auf mich oder sowas egal wer von beiden ich bin halt kein Schubladenmensch ich denke mir immer so ne die Person die halt gerade Bock hat das auszugeben gibt's halt aus und das kann natürlich auch eine nette Situation werden wenn beide ausgeben wollen so ungefähr ne dann kommt man ja auch ein bisschen ins schmunzeln und so und dann ne ihr wisst was ich meine und ähm ja aber wenn denn so Mädels ist auch nicht lange her da hab ich welche also ich will nicht sagen kennengelernt kennengelernt klingt ja auch immer falsch aber irgendwie hab ich's ja kennengelernt über einen Kumpel da haben wir dann zusammen dann an einem Tisch gehockt in einer Bar vorher bevor wir in den Club gegangen sind die sind nicht mitgekommen ähm und die waren halt gar nicht mein Ding also die gehen die sind dann tatsächlich ne ähm ist schon ein bisschen privater ne aber ich nenne ja auch keine Namen und alles und sowas ne ähm aber es ist so passiert ich wüsste die Namen sowieso nicht mehr ähm ich will die auch gar nicht wissen ähm die haben dann allen Ernstes erzählt erstmal total arrogant rübergekommen kann ja auch manchmal täuschen aber in dem Fall war's auch wirklich so finde ich ähm meiner Ansicht halt nach und die haben dann allen Ernstes gesagt ja wir haben eh nur irgendwie 5 Euro mit oder so weil den Rest geben uns die Kerle ja eh alle aus die geben uns ja eh alles aus die gehen halt mit wenig Geld hin vielleicht so den Eintritt plus 5 ein 5er für vielleicht dann so ein Getränk oder so vielleicht so für die Anfangsphase oder so wenn noch nicht viel los ist oder so und und die lassen sich dann einfach einen nach dem anderen für den ganzen ich nenne es jetzt mal Geiern einen ausgeben weil schlecht sind sie hatten sie jetzt nicht ausgesehen sehr angepasst auf die Gesellschaft muss ich sagen ne so ein bisschen trendy so was gerade so ein bisschen in ist hier so ein bisschen so ein bisschen die Lippen so ein bisschen ein bisschen ins Schlauchboot gesetzt so ungefähr oder solche und solche Geschichten und hier und da hübsch geschminkt und voll geklatscht mit irgendwelchen Krams sehr übertrieben meiner Ansicht nach manche es gibt ja Leute die das halt mögen also genug anscheinend um denen halt genug auszugeben ähm mein Ding ist es nicht aber es ist ja immer Geschmackssache trotzdem finde ich diese Einstellung furchtbar dieses ich gehe da hin weil ich lasse mir einfach von allen was ausgeben und fertig so und dann wundern sie sich am Ende ähm dass sie an irgendwelche komischen Leute geraten wisst ihr wie ich das meine so und dann sind dann Leute wie zum Beispiel mein Kumpel und ich die netten sympathischen die dann wieder viel zu nett für alles sind so ungefähr ne die aber nicht irgendwie Arschloch genug sind um irgendwie dass da mehr gehen könnte oder so nein ich wollte von denen nicht sowieso nicht keine Angst so ungefähr ähm das meine ich jetzt nicht ähm aber die sind dann wie dann sind die wieder gut genug solche Leute um dann anzukommen und sich über diese anderen zu beschweren und ich denke mir dann so sag mal ist das euer Ernst ihr beschwert euch jetzt über die Leute die angekommen sind wegen eurer scheiß Aktion die ihr da macht die ihr quasi bewusst auch anlockt ähm und ausnutzt so keine Ahnung weiß ich nicht weiß ich einfach nicht echt nicht egal wieder ausgeschweift aber naja so bin ich nun mal du bist aber auch keine Frau doch so viel wie ich rede bin ich eine ähm ich werde auch immer Frau genannt am Telefon übrigens auf der Arbeit wirklich ich werde zu 60 70% werde ich Frau genannt zu 40 äh 30% werde ich Mann her genannt meine Stimme meine Stimme ist nicht die tiefste aber ja weiß ich nicht keine Ahnung ähm dann lässt er dich wegen dem Trinkgeld bezahlen dann wollte er vielleicht doch etwas damit bezwecken keine Ahnung ja komm wir spinnen einfach mal rum mal gucken vielleicht will er ja auf irgendwas hinaus der Ritchie ich wollte dieses Thema gar nicht so breit treten Galerie aktualisiert Clio ach cool sehr schön mag ich ich glaube Clio ist übrigens einer auch von den Entwicklern ne zumindest ist er auf dem aktuellsten Insta Post der ja auch nicht mehr so aktuell ist aber da ist er glaube ich mit drauf ich glaube Thomas und Dan auch noch Thomas, Dan und Clio glaube ich wenn ich mich recht entsinne oder oder habe ich dann nur die Namen gelesen den anderen zusammen keine Ahnung auf jeden Fall war Clio drauf nein dass du mir sowas erzählst ist gut stimmt das ist jetzt ganz schön ausgeartet ne ist schon in Ordnung alles ok da bin ich mir gar nicht mal so sicher adios ähm hallo machs gut Ritchie pass auf dich auf du kannst jederzeit mit mir reden pass auf dich auf klaro huch ach neuer Standort Bar Aurora der Treffpunkt der Jugendlichen aus Duskwood im Besitz von Jesses Bruder Phil ok nice Thomas und Clio Beobachtungsmodus Clio hey Thomas entschuldige ich hatte durch die ganze Aufregung komplett vergessen dass du nach Phil gefragt hast vergiss den einfach denkst du wirklich solche Anschuldigungen kann ich einfach vergessen sieh dir nur an wie hat Jesse immer behandelt als ihr großer Bruder das sagt doch schon alles er ist ein Idiot Punkt und es war sehr viel los in der Aurora bestimmt war er zusätzlich noch gestresst alles keine Gründe um sowas zu behaupten Clio ist da etwas was ich nicht über Hannah weiß ja dann eben nicht ok krass und jetzt schreibt sie uns privat an hallo Sebastian ich wollte dir nur sagen dass du dir Lillys Abstimmung nicht zu Herzen nehmen sollst ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen dass du dich dabei ungerecht behandelt gefühlt hast zu spät schon gemacht ach das nehme ich mir nicht zu Herzen ich kann sie ja irgendwie verstehen ne ich nehme es nicht zu Herzen ich finde es ein bisschen Kindergarten mit dieser Abstimmung wirklich ja finde ich ich entschuldige hiermit nicht ihr Verhalten dir gegenüber oder ihre Forderung mit der Abstimmung aber Lilly hat das alles ja gar nicht so wirklich mitbekommen sie weiß nicht was du alles für uns tust und wie wichtig du bist das weiß ich doch findest du das nicht auch seltsam das weiß ich doch ja weiß nicht Lilly ist einfach nur grantig glaube ich Hauptsache sie lässt mich jetzt in Ruhe ich mag sie trotzdem nicht sie soll mich in Ruhe lassen einfach und fertig von wem ist Lilly jetzt schon wieder die Schwester die war doch auch eine Schwester von wem oder das ist immer schwer sich das zu merken manchmal ich denke ihr zwei habt euch unter den falschen Umständen kennengelernt vielleicht solltet ihr euch mal ein wenig unterhalten wenn etwas Zeit vergangen ist das muss aber viel Zeit sein nein kein Bedarf ja vielleicht danke nochmal Cleo dass du zu mir gehalten hast obwohl ich kurz dachte du lässt mich im Stich nö dass du zu mir gehalten hast Smiley kriegt nur Jessie und wir kriegen einen freundlichen Smiley also gut das war es eigentlich auch schon was machst du gerade können wir ein wenig reden ja warum nicht sorry aber das ist gerade ganz schlecht toll ich hätte gerne gefragt was sie macht ich muss jetzt zu meiner Mutter oder musst du noch ein paar Leute entführen in den Wald ach halt dass sie die Pforte der Hoffnung leitet weißt du noch nicht oder was ist denn das doch habe ich schon mitbekommen nein was ist das denn Vorteil der Hoffnung deine Mutter äh wir fragen mal was ist denn das haben wir das schon gehört weiß ich nicht wahrscheinlich habe ich es auch schon wieder vergessen ich werde alt das ist ein Treffpunkt für Frauen dort wird gebastelt Kuchen für die Kirchenkasse verkauft sie organisieren auch die meisten Feste von Duskwood cool zum Beispiel organisieren sie jetzt gerade die Waldsuche findet die jetzt gerade statt in dem Moment oder meint sie damit einfach dass das halt das aktuelle ist was gerade von denen gemacht wird wahrscheinlich die Pforte war ursprünglich nur für die Frauen aus Duskwoods Kirchengemeinde gedacht heutzutage wird das aber nicht mehr so eng gesehen bist du da auch Mitglied gut mehr muss ich nicht wissen bist du da auch Mitglied wie wir die immer abwimmeln können nein ich bin alles andere als gläubig ja ist ein schwieriges Thema ich könnte wieder voll ausschweifen jetzt bei dem Thema aber ich lasse es ab und zu helfe ich bei organisatorischem oder bringe einen Kuchen vorbei aber das mache ich dann meiner Mutter zuliebe jetzt hätte ich fast den Faden verloren jedenfalls bin ich gerade auf dem Weg zur Pforte weil mir meine Mutter anscheinend etwas wichtiges sagen muss hm was könnte das sein klingt nach schlechten Nachrichten hm was könnte das sein das weiß ich beim besten Willen nicht weißt du ich weiß ich weiß meine Mutter hat mich einmal zu sich bestellt weil ihre Lieblingsserie um eine halbe Stunde nach hinten versetzt wurde was was oh je du Arme haha was komm wir lachen mal wird viel zu selten gelacht auf dieser Welt wir müssen einfach mal ein bisschen mehr lachen manchmal braucht sie ganz einfach Aufmerksamkeit könnte meine Mutter sein ich dramatisiere auch gern unvorstellbar sowas kann ich nicht ausstehen keine Ahnung ne ich dramatisiere eigentlich nicht unbedingt gern könnte meine Mutter sein nö nicht unbedingt unvorstellbar keine Ahnung ich mag sowas gar nicht so wobei bei so einer Mutter ist es halt schon nochmal ein bisschen was anderes finde ich ne aber die anderen Antworten haben mir nicht so gefallen gerade wenn man sich daran gewöhnt geht es eigentlich ich dachte sie muss los jetzt talkt sie ja doch hier mit uns talkt jetzt fange ich auch schon damit an so zu reden modern talking nennt man das auch wenn man sich wenn man sich daran gewöhnt geht es eigentlich man darf an wichtige Neuigkeiten einfach keine großen Anwartungen haben viel Glück Leo meldest du dich danach komm wir fragen mal wir wollen ja alles mögliche mitnehmen ne was wir so können klar bye bye tschüssi neuer Aufenthaltsort hoch ich wollte gerade drauf drücken und dann kommt das hier oh oh es passiert jetzt ich gehe mal dran ich habe Angst ähm Hilfe was war das denn ich glaube das war der Herr ohne Gesicht schönen guten Abend der Herr ich habe mich aber jetzt ein bisschen verjagt gerade also ähm ja 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 ja